Ja, wir können Alias-Seiten allerdings im Nachhinein auch noch verändern. Hier geht man hier auf Seiten, Alias-Seite, hier ist man wieder im geriffelten Bereich. Ich mache das etwas größer und nehme an, ich möchte hier ein Gestaltungselement dazu haben. Dann sage ich hier Linie aufpassen, das müssen wir hier ab der grünen Linie rausziehen. Ich mache das mal nur bis zur Hälfte. So, dann Volllinie, Breite, machen wir vier Punkte und die Farbe, die machen wir noch rot. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso, wieder Linie hier ansetzen bis zur Hälfte, dicke vier und Farbe rot. Gut, so, dann speichern wir das. Also wenn wir jetzt hier reingehen, machen das kleiner. Dann sehen wir schon, hier sind diese neun Elemente und auf jeder Seite und auch auf jeder Seite, die man jetzt hier praktisch zusätzlich einfügt, haben wir die entsprechend dann drin. So, man kann aber auch hergehen und sagen, okay, ich möchte diese Seite nochmal ein bisschen verändern. Ich möchte aber auch nicht diese ganzen Elemente neu einfügen. Dann kann ich einfach sagen, duplizieren. Jetzt habe ich eine Alias-Seite B. Und hier habe ich praktisch wieder die geriffelte Ansicht. Das heißt, ich befinde mich in dieser Funktion, Alias-Seiten anlegen. Was ich jetzt noch brauche, ist, ich ziehe mal hier einen entsprechenden Bildrahmen auf. Mit der Größe, das kann man hier genau angeben, 150 und die Höhe, die machen wir 100. Und dann kann man hier noch bei dem Steuerkreuz, kann man das noch genau ausmitteln. Hier wäre die Mitte. Ein bisschen weiter auf vielleicht. Gut, was hier noch wichtig ist, ist natürlich wieder zu sagen, Objekt, Spezial, Alias, Inhalt, Variable, damit wir später an dieser Stelle dann entsprechend die Klassenfotos hinzufügen können. Wir können das auch hier kopieren. Und dann halt wieder ausmitteln. Das Ganze in der gleichen Höhe. So, und wenn man hier jetzt praktisch weitere Seiten einfügt, dann hat man hier die Seiten für die Klassenfotos und hier die ganz normalen Seiten. Okay. Okay. Vielen Dank.